Hallo, heute mal ein Video zu einem guten alten Thema, das ich immer gerne mal wieder wiederhole, weil die Quereinsteiger öfters mal in meinen Videos sehen, die sehen da mal, da drehe ich so am Rad, eigentlich nicht am Rad, sondern sogenannten 3D Cube, 3D Cube, da wollen die auch sowas. Und da fragen die mich, wie geht denn sowas, wie kriege ich das hin, wie hast du das mit dem Würfel gemacht? Deshalb, heute mal eine kurze Leitung, wie das so geht, gut, solange es noch geht. Kleiner Hinweis, geht vielleicht demnächst nicht mehr, weil zumindest Ubuntu, also nicht Kubuntu, nicht Lubuntu, sondern Ubuntu, andere Wege geht mit den Grafiktreibern, beziehungsweise mit dem Displaytreibern, da gibt es vielleicht keinen Kompis mehr, wen das was sagt. Gut, als ersten Schritt, machen wir das mal kurz, geht ihr hier mal in den Systemeinstellungen auf Software und Aktualisierung. Warum das denn? Ihr findet dort die zusätzlichen Treiber. Zusätzliche Treiber! Dort sind aufgeführt die Grafikantreiber. Und da rate ich, den binären Treiber vom Hersteller zu nehmen, weil der schneller ist. Denn das, was ich hier mache, ist eine Spielerei. Ähnlich wie beim Spielen, da will man die optimale Geschwindigkeit. Hat man den Nouveau-Treiber, der standardmäßig drin ist, dann ist das zwar schön kompatibel und der Vorteil ist, der Quelltext liegt offen, aber in der Regel langsamer. Es wird die CPU genommen, anstelle des Original Grafikantreiber des Herstellers, bei mir in dem Fall Nvidia. Dann mal neu starten. Habt ihr eine Nvidia Grafikkarte, dann solltet ihr Nvidia X-Server Settings finden. Da könnt ihr dann gegebenenfalls noch weitere Optimierungen vornehmen, so wie ihr denn wollt. Gut, also Grafikkarte ist fit und bereit für den ersten Start. Gut, was habe ich denn hier gerade gemacht? Das habt ihr vielleicht gar nicht, zumindest in der Standardinstallation. Von Ubuntu ist dieses Symbol hier, der sogenannte Arbeitsflächenumschalter, ausgeblendet. Ihr geht irgendwo auf dem Desktop, irgendwo, rechtsklick. Ja, rechte Maustaste klicken. Hintergrund des Schreibtisch ändern. Mittlerweile heißt der Schreibtisch nicht mehr Desktop und auch nicht mehr Arbeitsfläche. So, und darin findet ihr eine Unterregisterkarte Verhalten. Verhalten. Und dieses Kreuzchen ist dann wichtig, Arbeitsflächen aktivieren, Arbeitsflächen aktivieren. Gut, was macht das? Das sorgt dafür, dass dieses Symbol erstmal überhaupt erscheint. Dann könnt ihr auf das Symbolchen klicken. Nun, dann habt ihr nicht so viele Arbeitsflächen wie ich. Dann habt ihr so 1, 2, 3, 4, 5. Und zwei nebeneinander. Zwei untereinander. Ja, das ist jetzt schlecht für so einen Würfel. Wieso? So, in alten Ubuntu-Versionen hatte man nur vier Arbeitsflächen und die waren immer nebeneinander. Gut, seit Unity hat man versucht, eben diese schöne Vorschau zu machen. Und da hat man zwei nebeneinander und zwei untereinander gemacht. Das ist schlecht. Das ist schlecht, weil, was wir hier sehen, ist die obere Reihe. Und wenn die nur aus zwei Arbeitsflächen besteht, dann ist das so, als ob man ein Blatt Papier ständig wendet. Wofür braucht man Arbeitsflächen überhaupt? Ihr seht, ich habe hier mehrere Programme am Laufen. Und ich kann mal eben umschalten, ohne dass ich das Programm maximieren oder minimieren muss. Da habe ich mehrere Programme. Dafür sind Arbeitsflächen gut. Dass man mehr auf dem Bildschirm unterbringen kann, als der Monitor kann. Der Monitor kann so und so viele Pixel, mal so und so viele Pixel. Aber dem Computer ist es eigentlich egal. Der könnte auch einen viel größeren Monitor befeuern, wenn ich den einen hätte. Deshalb gibt es die kleine Vorschau. Gut, wir merken uns, es gibt Arbeitsflächen. Und unser Cube hat eins, zwei, drei, vier Seiten. Ein Würfel hat vier Seiten. Und damit sind dann immer die vier nebeneinander gelegenen Arbeitsflächen gemeint. Gut, gehe ich jetzt mal auf die untere Reihe. Da habe ich ein, zwei, drei, vier Arbeitsflächen, die ihr noch nicht habt. Gehe mal auf die hier, die leer ist und kann dann den Würfel drehen. Ja, sehe dann diese nebeneinander. Wie komme ich da erstmal hin? Gut, wir starten ein Terminal. STRG-ALT-T drücken oder nach Terminal suchen. Ihr braucht das Terminal öfters. Es gibt auch ein Grundlagenvideo, wie man das Terminal benutzt. Gut, wir installieren uns Programme, die standardmäßig nicht dabei sind, weil, wie gesagt, Ubuntu da seine eigene Wege geht. Gibt es aber noch, die sind noch da. Die kann man nachinstallieren mit sudo, also mit adminrechten, Leerzeichen. apt-get, Leerzeichen, install, Leerzeichen. Dann gibt es immer com-bits ein. sudo apt-get install com-bits. Und jetzt drückt ihr mal, ich zeige das hier mal auf meiner Bildschirmtastatur, die Tab-Taste, die Tabulator-Taste. Und zweimal hintereinander mit schön die Tabulator-Taste. Ihr seht dann den sogenannten compis-config-settings-manager. Das ist der Einstellungs-manager, mit dem wir jetzt gleich mal rumschrauben. Und wir brauchen noch extra Plug-ins für compis. Compis ist so ein Transparenz-Manager, Fenster-Manager. Der sorgt dafür, dass wir diese Fenster nebeneinander sehen wie hinwürfe. Wir brauchen die Plug-ins extra, da ist der Tube mit dabei. Der Settings-Manager ist der, der dafür sorgt, dass wir die Einstellungen machen können. Also install, compis, plug-ins, minus extra. So, haben wir das beides installiert, jeweils einmal Enter gedrückt. Dann sind wir schon mal gerüstet für die Spannereien, die da jetzt so kommen. Dann gehen wir hier oben hin, da geben wir jetzt mal ein ccsm. So, compis-config-einstellungs-manager. Auf Deutsch. Gut, dort sehen wir Desktop-Würfel, den müssen wir aktivieren, das müssen wir mehrfach anklicken, bis das überhaupt so ist. Und Würfel drehen anklicken. Wenn es dabei auf euren Display böse zuckt und macht und tut, ist das okay. Gut, wie kriegen wir das jetzt so hin, dass wir hier zum Beispiel 4x4 haben, damit unser Würfel 4 Seiten kriegt? Allgemeine Optionen, Desktop-Größe und da steht halt jetzt im Moment zum Beispiel 1, 2, 3, 4 Einstellungen. 1, 2, 3, 4 Einstellungen. Das ist jetzt wichtig. Hops, da bin ich fortgesprungen. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? So viele Einstellmöglichkeiten. So, 4x4. Das sind die Anzahl der Arbeitsflächen. 4 horizontal, 4 vertikal. Wunderschön. Gut, warum hat das gerade so rumgesprungen? Naja, weil ich mich hier so rumgestellt habe, hatte ich gedacht, er hätte nur noch eine Arbeitsfläche. Und deshalb hat er die alle auf eine geschoben. Kann dann schon mal passieren im laufenden Betrieb. Hoffe, mein Video läuft noch weiter. So, 4x4 Arbeitsflächen solltet ihr dann sehen. Genauso wie ich das so habe. Dann mache ich gerne folgendes. In Desktop-Würfel schalte ich auf Transparenter Würfel und die Opazität bei Rotation. Das ist die Transparenz, dass man durch die Arbeitsflächen so durchschauen kann, wie ich das jetzt mache. Man kann ja so durchgucken durch den Bildschirmhintergrund. Das ist die Opazität bei Rotation. Erscheinung. Top und Button. Unser Würfel hat oben und unten eigentlich noch eine Fläche. Er hat eigentlich sechs Seiten. Und die, wenn man die schwarz macht, kann man da lustig durchschauen. Finde ich gut. So, das sind die Einstellungen, die wir da machen müssen. Bei Würfel drehen brauchen wir nichts zu machen. Kommen wir wieder zurück. Und das ist der Desktop-Würfel. Es gibt übrigens auch noch einen sogenannten Sky-Dome. Einen Hintergrund hinter dem Würfel, den kann man hier noch einstellen. Den muss man hier anklicken und kann sich ein Bild aussuchen, das sich dann mitdreht oder nicht. Das kann man sich hier noch aussuchen. Und dann hat man den Cube, den 3D Cube. Wenn euch das zu viele Arbeitsflächen sind oder Rechner so ein bisschen schwachbrüstig ist, ich nehme meistens 3x3, dann ist das auch alles ein bisschen größer zu lesen. 3x3 Arbeitsflächen, 9 Arbeitsflächen, reicht ja vollkommen aus. Und dann könnt ihr so am Rad drehen, wie ich. Ja, was muss man denn da drücken? Gut. Steuerung drücken, Alt drücken und dann die Maus, linke Taste. Steuerung drücken, Alt drücken und Maus die linke Taste. Oder wenn ihr den Desktop-Hintergrund seht, eine Abkürzung, einfach das mittlere Rollrad drücken. Das geht aber nur, wenn man auf den Hintergrund kommt und kann dann sofort drehen und dann wieder das mittlere Mausrollrad loslassen. Ansonsten, wenn irgendein Fenster mitten im Bildschirm ist, man kommt an den Desktop-Hintergrund meinetwegen nicht mehr ran, dann Halt, Steuerung, Alt und die linke Maustaste. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleiben mit Freundchen, Grüßen und Tschüss.